I want it that way Ja, hallo Freunde, hier ist Christian, euer Patra-Folzungscoach, Diplom-Psychologe und dies ist mein Videoblog Und wir reden heute mal über Olli Pocher, hatte ich sehr interessante Erfahrungen mit, wenn man so will Erstmal wollte ich immer sagen, es gibt wieder einen der seltenen, also du nutzt es, dass das wieder rumgeheult wird später Warum haben wir den Code nicht benutzt? Also wir nutzen jetzt bis Sonntag einen 23%-Code Der ist aber diesmal, gibt es wieder den Frühjahrs-Community-Sale Das heißt, es ist nur für Newsletter-Abonnenten, wenn du es noch nicht bist, einfach auf libysche.de gehen Da siehst du auch gleich Community-Sale Kannst dich da gerne noch eintragen und dann bekommst du auch sofort den Code Wie gesagt, gilt für alle meine Online-Kurse bis Sonntag So, jetzt Olli Pocher, also ich war gestern, war ich mit Aline bei den Wühlmäusen Das ist so eine traditionelle Veranstaltungslocation in Berlin Und wir waren beim Podcast von, Podcastaufnahme von Olli Pocher Da wurden zwei Podcasts aufgenommen mit Sandy Meyer-Wölden Und ich muss wirklich sagen, ich habe erst gedacht, warum mache ich das eigentlich? Wir waren sogar beim Meet & Greet und warum mache ich das? Aber irgendwie dachte ich mir, ich habe Bock mit dem mal live anzugucken, wo ich schon so viele Videos drüber gemacht habe Und ich muss sagen, ich bin ja ganz ehrlich, ich versuche auch immer beide Seiten zu sehen Also ich war impressed, also das ist ja so ein schlagfertiger Mensch Und es ist wirklich unglaublich, was der aus so einem Podcast da an Stand-Up-Comedy rausholt Also da war ja nichts geskriptet oder irgendwie sowas Und das war trotzdem wie, weiß ich nicht, wie so ein Comedy, durchgeskriptetes Comedy-Event Ja, das war wirklich echt beeindruckend Und ich muss sagen, muss ich wirklich sagen, ist da live, ich meine, es ist und bleibt eine Ramsau Aber irgendwie einen transparenteren, verletzlicheren, irgendwie, ich sag mal so menschlicheren Eindruck macht Als dieses Rumgepolter, was ich natürlich trotzdem finde, es geht zu weit irgendwie, also absolut Aber wenn man auch sieht, was die beiden da für eine Beziehung haben, Cindy und Olli Pocher Also fand ich echt bemerkenswert Ich hatte auch das Gefühl, also hatten wir beide das Gefühl, dass die auch viel besser zusammen gepasst haben Also sie, also er ist eine Rampensau und wie gesagt, kann man jetzt gut finden, nicht gut finden Aber er braucht halt den Raum und sie gibt ihm den Raum, ne? Wenn man das Gefühl hatte, Amira Pocher und Olli Pocher haben eigentlich auch im Podcast immer so gekämpft Wer kriegt jetzt die Aufmerksamkeit und, also nicht, dass immer der Mann die Aufmerksamkeit kriegen möchte Will ich gar nichts sagen, aber es geht so ein bisschen ums Match, ne? Also es ist halt schwierig, wenn vielleicht zwei so Rampensäue sein wollen, so würde ich mal sagen Also das war echt beeindruckend Dann, ja, zu Details kommen wir gleich mal noch, da gab es auch noch ein Q&A Und da haben welche was gefragt zu ihrer Hochzeit und da hat er echt aus dem Nichts angefangen zu weinen, ne? Also in der Hochzeit mit Sandy und, also ich muss wirklich sagen, das hat mich echt, hat mich echt berührt Ich habe natürlich auch was gefragt, aber wie die beiden zuneinander stehen, auf die sich ein Revival vorstellen können Und da haben sie ja gesagt, ne, die hätten jetzt so eine gute Freundschaft Das, ähm, könnt ihr alles im Podcast hören, da auf Podimo dann auch Ähm, dass, äh, sie da nichts ran wollen, dass sie einfach froh sind, dass es so ist, wie es ist Ich hatte eigentlich den Eindruck, ähm, macht Stimmen, macht nicht Stimmen, dass er, äh, so ein richtiger Familienmensch ist, so Und, ähm, ja, dass, dass, äh, ihn das echt trifft, so, dass das, ja, dass er jetzt die zweite Familie da vor die Wand gefahren hat, so, ne? Ich meine, ist ja auch nur menschlich, ne? Dass, äh, dass man das nicht so lustig findet und, ähm, ja, also man weiß ja auch gar nicht, welchen Anteil hat er jetzt da dran Also es ging ja offensichtlich von Amira aus, aber klar, dass er vielleicht jetzt nicht der einfachste Ehepartner ist mit dieser, seinem großen Ego, äh, was er ja nach wie vor hat, ähm, kann man sich schon vorstellen, aber, ähm, ja, ich hatte eben das Gefühl, äh, nur das Gefühl, hat er jetzt nicht gesagt Das war ich auch bereut, dass, dass das nicht, was er vielleicht hätte tun können, äh, vielleicht auch, dass er nicht bei Sandy geblieben ist, weiß ich nicht War irgendwie so ein Gefühl, was ich so bekommen hab, ähm, ansonsten, ja, hat er halt erzählt Von einer Woche aus seinem Leben, oh mein Gott, das war schon echt, äh, krank, also nicht krank, also krass, ne? Also, weißt du, er ist halt auch, äh, sag mal so in dieser Nachtrennungsmanie, das kenne ich auch noch so, dass man dann, weiß ich nicht, äh, voller Adrenaline ist und jetzt muss ich jetzt ganz viel machen, ganz viel Action und, äh, hat halt erzählt, dass er mit seinen, äh, dass die alle rübergeflogen sind in den USA und dann gucken sich immer irgendwelche krassen Konzerte an von, äh, Bruno Mars und Drake Und dann sind sie halt drüber geflogen nach Las Vegas und dann, äh, hat er aber eine Einladung gekriegt zum Opernball, äh, dann ist er davon irgendwie Las Vegas oder whatever, irgendwie ganz schnell wieder zurück nach, äh, nach Wien Dann, äh, dann, äh, war die Stimme weg, dann musste er wie ein Arzt kommen erstmal, dass er seine Stimme wieder kriegt, dann, ähm, ja, dann, äh, war er da mit, ähm, mit diesem Italo-Western-Star, weißt du, Frank Nero und Nero oder irgendwie so, glaube ich, ähm, waren sie da scheinbar in der Loge Und dann, äh, morgens um sieben Jahr zurück nach, äh, wieder in die USA, dann, äh, Hochzeit mit, ähm, Mola irgendwie gestalten Dann noch, äh, haben sie auch gezeigt, da super witziges Musikvideo gemacht, also echt super witzig Ähm, ähm, ja, und, und, äh, dann wieder zu, pfff, anderes Konzert und, äh, also wirklich Wahnsinn, aber auch, äh, aber gut, das ist halt die Phase, ich kenne die auch noch so, dieses total rastlose, also ich bin da auch immer, ich meine, kann man, kann man jetzt nicht vergleichen, wenn du so normalo bist, da war ich mir auch damals Jeden Tag Kitesurfen gegangen und, und, und noch, noch ein Sportcamp und noch ein Sportcamp und, äh, ja, das ist eine krasse Zeit, aber man merkt auch dieser, ich finde, man merkt diesen Schmerz dahinter, so, und es ist ja auch nur menschlich Und, äh, ich fand auch, dass er, also er hat jetzt, naja, er hat schon, ich will das jetzt nicht, das ist echt nicht YouTube-tauglich, hat er wieder einen sehr dunklen Scherz gemacht Amira, ich will, äh, ich will das jetzt hier nicht wiederholen, aber war schon sehr, sehr derbe, aber ja, trotzdem, muss ich wirklich sagen, in diesem Podcast, ähm, ganz anders über Amira geredet als sonst, also ich fand jetzt viel, äh, weicher irgendwie, vielleicht ist auch der erste Schmerz so ein bisschen weg, wie gesagt, ich finde es nach wie vor nicht gut, was er da vorher gemacht hat, aber, ähm, und er meinte auch, dass, ob, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, dass er im Privat mit ihr ganz anders ist, als, so sein öffentliches Ich, wo er halt, ja, diese derben Sprüche bringt und, ähm, aber gut, ich will das jetzt gar nicht verteidigen, ich finde es, ich finde, er ist ja aber viel zu weit gegangen und nach wie vor, aber ich wollte nur sagen, gestern hat er da, kam er mir viel weicher und ein bisschen geläuterter vor, sag ich mal, und, ähm, ja, und wie gesagt, unglaublich schlagfertig, ey, oh, also Wahnsinn, der ist wirklich in 0,1 Sekunden, da sagt er aus dem Publikum jemand was und 0,1 Sekunden kommt der Gag von ihm, also das ist wirklich Wahnsinn, das war echt Wahnsinn. Ja, und Sandy Meyer-Wölden überlegt hat tatsächlich nach Deutschland zu kommen, weil wir haben jetzt auch gefragt, wie, ähm, soll das denn, äh, wie soll das denn gehen irgendwie so, dass, dass sie ja ständig jetzt hier ist und die Kinder sind da und offensichtlich geht es auch nicht so richtig, äh, sie überlegen auch, die älteste Tochter, die ist ja schon mal 14, die soll auch irgendwie zumindest einmalig in den Podcast integriert werden, auf ihren Wunsch hin, weil sie auch mal ihre Meinung dazu sagen möchte, fand ich auch, ähm, interessant, auch die Sandy, ähm, ja, wirkt super sympathisch, da kann man echt nix, äh, also gerade die wirkt super sympathisch und als, also die wirkten schon als, ich finde, als ein viel runderes Paar, als man das, ähm, bei ihm und Amira je so wahrgenommen hat, weil die eben so mehr unterschiedliche, ich will jetzt nicht sagen, dass Sandy introvertiert ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war das Gefühl, das funktioniert einfach viel besser zwischen den beiden. ne, zwischen Amira und ihm, aber keine Ahnung, ähm, wie das dann ist, sind ja jetzt beide Single-Scheinbar, äh, wenn, wenn die nicht mehr Single sind, weiß ich nicht, wird man sehen. Ähm, dann wurde natürlich auch gefragt, was ist denn mit Cora Schumacher und, also er hat sich ein klitzekleines bisschen ausgewichen, also er hat gesagt, äh, sie werden 18 Jahre, ähm, wird er sie kennen, er hat es aber schon im Grunde genommen schon demittiert, er hat gesagt, ähm, also das, was sie da sagt, was da gewesen wäre, das wäre auf gar keinen Fall gewesen, er hat auch nicht genau gesagt, was gewesen ist, keine Ahnung, vielleicht haben sie mal zehn Sekunden rumgeknutscht, aber hat er nicht gesagt, weiß ich nicht, äh, aber er hat das im größten Teil dementiert, sag ich mal, und hat er auch gesagt, dass er sehr irritiert wäre davon, wie sie das so darstellt. Das muss ich auch sagen, wenn man, ich hab Cora Schumacher ja schon öfter gesehen, auch damals bei diesem unsäglichen Format, Club der guten Laune, glaube ich, in der Corona-Zeit auf, äh, Join, da hat sie sich ja an den, ähm, Marc Terencei rangewandt, wo ich denk, ey, boah, ist die von nix fies, ey, aber, ähm, da machte sie auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, liebessüchtig, aber so dieses, dieses anhängliche und hinterher, äh, eiernde, also von daher kann ich mir schon vorstellen, wie Olli Pocher es dargestellt hat, dass sie da viel mehr reingelesen hat, als wohl da ist, kann ich mir irgendwie vorstellen, ja. Ja, also war wirklich, äh, ich gucke mal, ob ich hier noch einen kleinen Clip reingeschnitten kriege, ähm, war echt, ähm, absolut bemerkenswerte Abendbild, also wir haben uns bestens zum Teilen gefühlt, muss ich wirklich sagen, also war viel besser, als ich das, ähm, gedacht hätte und, ähm, ja, ja, kann man sagen, was man will, ist schon echt ein, ein Entertainer und der schaut sein ganzes Leben, also ich finde, er trägt das viel zu weit rein, aber es hat natürlich alles Schatten und Licht, also irgendwie ist er auch interessant, als Zuschauer ist es natürlich interessant, so an diesem Leben so teilzuhaben und, ähm, musste ich auch in unseren Podcast denken, die haben wir jetzt ja erstmal wieder eingegraben, aber, ja, er hat schon ein sehr abwechslungsreiches Leben, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, vielleicht, äh, vermeidet er gerade, aber das ist einfach nur menschlich, vermeidet er gerade ein bisschen Schmerz auch durch diese ganze Action, 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 ja, wurde auch gefragt, ähm, äh, ob er denn ins Reality-TV gehen würde, ich meine, wenn wir mal, das machen doch eigentlich die Leute, die kein Geld haben, weiß ich nicht, ähm, und hat er gesagt, okay, äh, für eine Million wird er ins Sommer ausgehen, fand ich auch lustig, aber er hat schon deutlich gemacht, dass er, ähm, ja, dass er so unter seiner würde es eigentlich, und, ähm, naja, dann hat er dann noch mal gefragt, welchen Weltstar würdest du denn gerne noch mal sehen, und dann hat er aufgezählt, wie viel, also das muss ich wirklich sagen, das ist ja echt ein Privileg, wenn du so ein bisschen prominent bist, oder er war ja auch viel bei Viva da, wie viel Prominente, die schon so live gesprochen haben, also das, oder er schon gesehen hat, zumindest irgendwie über Michael Jackson, und sie hat Amy Winehouse, ein Private-Konzert, war sie kurz vor ihrem Tod, also, ist schon, also muss ich wirklich sagen, da war ich ein bisschen, dachte ich, schon geil, wenn man die alle mal sehen durfte, ich meine, da hatte ich auch noch Menschen, aber, äh, war schon echt, beeindruckend, naja, also war ein bisschen eine andere Seite, wir werden auch noch mal hingehen, ich werde mir seine Show auch noch mal angucken, vielleicht ist die auch wieder ein bisschen salziger, ich meine, er hat schon ein paar salzige Gags reingebracht gestern, aber ich fand das, also gestern fand ich das alles im Rahmen irgendwie noch, naja, also, das war bei Amira Pocher, hat er schon, das war vielleicht nicht ganz im Rahmen, aber wie gesagt, das kann man auf YouTube nicht sagen, ähm, aber gut, so war es, naja, kleiner Bericht, und, ähm, ja, macht die folgenden Kurse, nutzt den Code, und wir sehen uns mal wieder, tschau, lieb. , tschau, lieb.